ja ich weiß das sieht man nicht wenn uns den weg geht zeig mal jetzt, ja. Amparos, zeig mal den Amparfloss Amparfloss? Da kommt kein draus. Warum wird mein Pampyrrömer One-Hit besiegt, ey? Na, weg dich. Aber es war süß, oder? Popony, komm ich hab was süßes für dich. Ich ne, nicht für ihn, für mich? Nee, du bist schwul, du brauchst was süßes. Alter! Ohohohoho, ich glaub war der mega süßes. Puppe, komm ich hier drauf. Warte, ich zeig mich mal los, Diss Battle. Ach, jetzt haut er ab. Warte, was ist mit dem hier? Warum hast du dein Pokémon ins Wasser geworfen, Danny? Weil's ein Feuer-Pokémon ist und du's da trinken soll. Oh, das ist... Mann, nein, einfach nur so. Oh, ich will haben! Willi, tauschst du? Tauschst du? Nee, natürlich nicht. Oh, wie sich's wieder losgeht mit dem, oh, ich will haben! Ich wüsste schon, dass du's geil findest. Oh Gott, oh Gott. Willi, bitte, 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 ich tausch dir alles. Näh. Auch das hier. Was, welches? Nein, das will ich nicht. Und wie wär's mit dem? Ich schau ich gegen You, okay? Ja, das? Nein, ich schau ich gegen You. Oder, guck mal... Mann, aber, Mann, oh... Ich hab Kolindus gesehen und dann hab ich Ball drauf geworfen, die spawnen. Ampheross? Nein! Was willst du denn mit einem Ampheross? Was ist denn mit einem Ampheross? Jungblut! Jaaa! Das war zum Jungblut! Kenn ich nicht! Zum Logok! Und Logok ist mir das beste Pokémon überhaupt! Ich muss das denn hier ausfassen, deswegen will ich es eigentlich nicht zeigen, dass vor viel gezeigt wird. Jaaa. Ja, vor viel. Oh, guck mal, bist du denn? Wie geil siehst du denn auch? Was ist das denn? Was ist das denn? Ist das ein Reitschuh? Nee. Wo seid ihr? Das hab ich noch nie gesehen, das Pokémon. Wo denn? Das ist ein Flammenbrex. Flammenbrex? Das wird grad auch wieder haben. Flammbi-Rex? Flammbi-Rex? What the fuck? Darf ich haben? Wo seid ihr? Oh Gott, Danny ey! Hashtag übermorgen! Nee, aber ohne Kreis, wo seid ihr? Oh, er sieht voll komisch aus. Machst du das, Ramla? Ja. Ach doch, in der Wilde. Fuck. Ich will das nur sehen. Fangst du das? Willst du es besiegen oder fangen? Ne, ich besieg's. Warte noch kurz. Warte noch kurz. Ich hab keinen Pokéball. Ja, dann bleib ich dir welche zu. Ja, dann werf mir einen zu. Hab dir einen zugeworden. Aber noch nicht, äh, töten. Nicht töten, weil ich würd's ihm vorher. Oh, nicht töten. Loll. Das ist doch echt schön. Flammbi-Rex, Alter. Ein Start-Up-Bucken und steht hier einfach mal rum. Das sieht bisschen aus wie das, wie irgendwie was von Naruto. Ein bisschen. Oh, lol. Das hat ein Megadamid. Das hat ein Megadamid. Darum ist es geflohen! Ey, Mama! Ich könnte kotzen, ey. Das ist natürlich jetzt... Alter! Hier will ich dein Pokéball. Hier will ich so hohen Höhlen bauen. Will ich da? Will, du machst One-Hit, Alter. Dann bring ich dich um Pokémon. Will ich dein Pokéball? Nein! Warte, One-Hit? Achso, dann mal. Bitte. Und es sind so viele Level da drunter gewesen. Zehn Level drunter. Jetzt muss ich wieder zu Professor Eichel rennen, ey. Boah, Alter, ich... Was ist der Pokéball? Wer farmt denn hier Sand, Alter? Ähm, es sind noch... 13 Minuten. Ja, ich brauch noch zwei Level, warte. Das ist eine gute Laune, Pokéball oder was? Was ist? Pokéball hat doch nie gute Laune. Ich... Mann, ehrlich, ich bin extrem müde. Tut mir leid. Achso, nee, ist in Ordnung. Dann sag doch und nicht, dass du keine gute Laune hast. Pokéball hat zu viel gespielt. Das ist ja jetzt hier eine Lüge. Was hat er gespielt? Gezockt und gerockt. Aber nur hier ist es eine Lüge, sonst nicht. Was denn? Was hat er gespielt? Weiß ich nicht. Na, was wohl? Altes Haus. Altes Haus? Kenne ich gar nicht. Ja, ich auch nicht. Altes Tod. Was ist ein altes Haus? Ja. Oh, Tohaido, Tohaido! Fick dich, Lucio. Nein! Ach, Wims, ich habe übrigens von dir einen Wassereimer ausgeliehen. Ich konnte es dir bloß vorhin noch nicht sagen. Oh, toll. Weil ihr habt ja alle durcheinander geredet. Toll, ey. Ja, Christian. Persönlich, das hat ihm jetzt gefehlt. Ja, ey, jetzt habe ich verloren, das Ding. Bei mir steht die ganze Zeit, bitte warten, weil Chappelo mich angreift, aber keine Attacke auswählt. Das ist der Eimer. Der Eimer. Der Eimer. Der Eimer, Junge. Was geht? Was denn? Ne, ich sag einem nichts. Willi, ich habe mir übrigens ein Leder von dir geholt. Was ist das Leder? Nein. Das ist eine Leder, jetzt wird wir uns sterben. Du, ich muss disconnecten, mir passiert nichts mehr. Na gut. Aber du, das hatte ich auch im Arena-Kampf. Da hat einfach nur nichts mehr passiert, auch bei Dennis. Du musst da in der Disconnecten. Das ist ja scheiße. Verbehindert. So unglaublich dämlich im Kopf. So unglaublich dämlich. Unglaublich dämlich. Dämlich? Dämlich. Wie gibt es sich Vampiro nochmal? Vampiro auf Level 36. Obwohl, das macht früher als alle anderen, wa? Ne, Level 36. Danny? Warte, fu. Warten los. Ihr gammelt grad nen Impurgator rum. Ja, hab ich schon. Also ich hab die Vorstufe. Kani-Mani? Ne, ähm, die Nachstufe von Kani-Mani. Ähm. Besser inzwischen Impurgator und Dingens. Meiner Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und ich hab das. Und das ist warm. Ich will jetzt ehrlich so ein Schei-Auer. Ich will nicht mal so ein Schei-Vie besiegen, ey. Schei-Vie? Schei-Vie? Das sind aber keine Schei-Vie. Das sind Boss. Ich will nicht mal so ein Schei-Vie besiegen, ey. Hab ich schon dreimal. Ich find keins. Ich hab einen Karpado gefunden, wenn sie sich nur abgehauen. Das passiert nichts. Ich find die aber nicht. Aber die können ja auch Meister werden dürfen, ne? Ja, ist ja mega krass. Ja, so ein Schei-Vie ist Meister-Vie ist echt nicht schlecht. Ja, ich geh einfach auf Miu-Jagd. Ja, aber mit Meister-Vie würde ich meinen Miu-Jagd fangen, ja. Du bist der Team. Definitiv. Oder ein Karpado. Guck mal, das wollten meine Meister-Vielle haben. Ja, gerne. Dann versucht Team Rocket zu besiegen. Ich glaub ich ist Team Rocket Meister bei Nerd. Ich glaub's auch. Doch, ich denk schon. Ne. In der Forschungsabteilung weiß ich auf jeden Fall, dass ein paar vorhanden waren. Du bist Rocko, du willst wissen was bei Team Rocket abgeht? Ja, aber ich weiß alles. Heimlich ist er eigentlich bei Team Rocket. Rocko Team Rocket? Team Rocket? Team Rocket wohl eher. Team Rocket. Da war nicht lustig. Ach, total. Ach, du meinst Team Rakete? Die kenn ich. Die kam jetzt in den Palgata rum. Oh Gott, Team Rakete. Die gehen richtig steil, du. Die sind voll gut, äh, die sind Partner mit Team Abschutzrampe. Oh Gott. Ach so, geil. Alter, die muss man nicht kaputt schliessen. Oh Gott. Und Team Atomzerstörung. Atomzerstörung. Der war nicht lustig. Mann, das ist gewittert, ey. Wieso hab ich keine Pokébälle? Kann mal jemand vorbeikommen? Nein. Macht ihr deine Pokébälle? Alter, das gewittert schon wieder, warum? Ich bin mitten im Kampf, Mann, ich kann nicht. Ach, Ralkasa spawnt übrigens nur, ähm, morgen. Morgens. Morgens? Morgens, morgens? Morgens, morgens, morgens. Können wir so nicht fahren, Anton. Oder war das abends? Grudon spawn abends, Georg Rill morgens und Ralkasa mittags. Cool, denn Stami. Ich kenn das Stami. Ich kenn das Stami. Ach so, das? Das ist voll cool. Das ist von, äh, Pokémon, was den ganzen Misty immer hat. Ach, tut er. Der Stern. Ich mach Stami nicht. Kamla, hast du jetzt mir sonst Dinge noch mitgebracht? Ne, ich hab hier keiner gefunden. Ne, ich hab hier keiner gefunden. Also keine. Nooon. Ultraschall. Das ist ja öde. Loll, wieviel Charmys hat denn der, ey? Charmander! Charmander! Das ist aber, äh. Das ist ja jetzt eine Lüge. Alter, der benutzt die ganze Zeit von Scheiß Healer, ey. Alter, wie das Gewitter, ey. Da ist grad hinter mir ein Blitz eingeschlagen. Beziehungsweise rechts neben mir. Na, das passiert öfters mal, Danny. Da musst du aufpassen. Da ist schon wieder. Da ist'n. Hallo. Dennis, darf ich dir mal was sagen? Der Skin ist kein Arena-Leiter-Skin. Der ist, ähm, aus der schwarzen Edition. Wer ist denn Dennis? Was ist denn Dennis? Das ist doch mal noch Rocco. Nein, Dennis Trostgurt hier. Aber ich hab einfach lesen. Ja, ich heiße Rocco. Mach mich zu beleidigen, Mensch. Rocco, deine Haut. Ja, wir reden auf deutsch. Ähm. Schemper. Nochmal zuwiderholen. Oh mein Gott. Oh Gott, Danny, ey. Dann kannst du auch Danny sagen, Pope. Oder Rocco. Oder Rocco, ja. Ich will nicht Rocco. Ja, das ist Rocco. Warum will ich jetzt Rocco? Weil du jetzt Rocco bist. Also, ich bin Rocco. Ich, Rocco. Du, Rocco. Er ist Rocco. Er ist Rocco. So sein, genau. Rocco sein. Ja, Rocco sein. Kannst du auch schon das Rocco sein? Warum greift mich das Pokemon nicht an? Weil du den will ich in den Kopf. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Mann, dieses Beleidigen von Pope geht mir langsam weg. Warum erntet ihr dich mal eure Beherin? Auf den Zykerli. Auf den Zykerli. Ja, auf den Zykerli. So, alle bitte schlafen jetzt. Danke. Ich hab kein Bett. Na gut, dann nicht. Du musst du disconnecten. Nein. Willms, ich bring dir gleich deinen Eimer vorbei. Boah, du Eimer, ey. Du bist schon. So ein Schlingel, weißt du? Hm. Wie ein Schlingel? Okay, ich bring dir jetzt erstmal deinen Eimer vorbei. Bevor die Aufnahme jetzt gleich zu Ende ist. Die ist erst zu Ende, wenn sich mein Ding zu Tornupte entwickelt hat. Ja, ganz bestimmt. Wir werden warten, was du hast gemacht. Oh, schade. Habst du schon wieder die ganze Zeit, oder was? Nein. Was? Nein. Nur dieses eine Pokémon. Außerdem Farm ich nicht ins Level. Farm wäre, wenn ich in der Hülle wäre. Das können wir aber in diesem Fall auch dazu zählen. Loll. Hashtag. Übermorgen. Über, 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 übermorgen. So, ich mach jetzt doch einen Trainerkampf, warum nicht, ne? Oh, ich krieg erst mal das Schaden. Alter. Ich hab so extrem viel zu essen. What? Ich hab'n nicht. Ja, echt. Aber, aber sowas von viel habe ich, ey. Oh, Gorn. Äh, Kartoffeln, Fische. Was? Ich hab'n, die Manung, Kartoffeln und Fische. Ich hab'n, ich hab'n, ich hab'n, ich hab'n. fahr fischern ganz fischern wenn die uri bernie nichts eine fischpflanze die gedeiht und wächst jetzt ganz schön knapp hier zuerst mal meine sieben pc aufstellen so entwicklung so das war so schön ich bin auch immer im trainer also willi ohne witz ich will was essen ich habe das weiß ich glaube ich komme ich komme ja ja nice darauf kann man auch reiten ich habe übrigens von tonuktu eine figur zu hause rumzustellen das ist bitteschön danke das ist die hälfte von mir hallo rammler du wolltest doch die schuhe haben oder nicht nein 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 bitte nicht so wie denn was geht ich weiß aber wirklich mit pokémon nein ich habe verloren darum steht der betten auf den bücherregalen aber ich bin denn das ist schon alle meine pokémon sind tot das gibt es nicht sagst du nicht schlagen nicht vergewaltigen das machst du was denn wo bist du na hör wieder bei mir unten ich will dir was zeigen was denn das kann man ja nicht machen lol wie viele kann gar mehr herumstellen kann gar mal angegriffen so jetzt gibt es voll auf die nuss ich wollte mich nicht aufhören es sind noch ein paar mädchen wo ich noch ein paar kämpfe durchführen werde du musst sagen heute die stunde zieht sich die stunde zieht sich würde mal jemand gerne gegen nicht rocco kämpfen ne oh da oben ist ein warte ich muss mal gucken wie das ding heißt da oben ist ein da oben ist ein lokok lokok pedel wo yeah warum sagst du das denn wenn du das denn wenn du das denn das ist ja alles von dem der pokémon mit einpacken die kacken ja alles voll hier ist tatsächlich 1 aber ich habe leider kein pokéball da war noch eins noch ein 7 14 weiß ich ja schon mal wo die spawnen das ist gut macht man macht ein rock von mir was das weiß ich auch nicht der will vielleicht noch mal gegen dich kämpfen natürlich natürlich was ist da nun was ist da nun was ist da nun auch seine du bist ein kleiner wie komme ich aus wieder aus diesem bürgarten ja wir können so verbinden ich mache doch schnell einen kopf dann dann müsste alles zu ende sein nein ich will nicht so der letzte kampf liebe freunde in dieser aufnahme danach gehen wir alle schlafen da ist jetzt ist es nicht so und ich bin ich auch nicht mehr glaube es ist weg verdammt auf jeden fall vielen dank fürs zuschauen danke an unsere netten rocco der uns hier unterstützt hat ja und wir sehen uns nächste folge wieder haut da rein so ich habe mein haus fertig das war's das war's Vielen Dank.